Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt richtig schön geschlafen. Ich, naja, lasst uns mal ganz kurz ehrlich sein. Ich habe nicht so gut geschlafen heute Nacht, aber also es war okay. Schon der Tag ist ganz gut trotzdem. Vor allem jetzt, wo ich euch sehe. Ja, okay. Wir, und damit meine ich euch und mich, müssen mal so ein bisschen miteinander reden. Die neue Season ist da und ich bin ja quasi, ich streame übrigens diese Woche jeden Tag um 9 Uhr morgens. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Schaltet doch gerne ein. Außerdem ist der nächste Flug auf Gleis A81. Bitte halten Sie Ihre Gepäcktaschen bereit. Ja, ich bin Streamer manchmal öfters und wenn dann ich tatsächlich streame, kommen die Leute in meinem Stream und sagen verschiedenste Leute. Das heißt, hier werden Impressionen gesammelt. Es gibt Leute, die sagen, Tobi, Leak ist für mich gestorben. Diesen Scheiß, den tue ich mir nicht mehr an. Was soll der Scheiß? Dann gibt es Leute, die sagen, wow, es geht hier ab. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, finde ich also ganz cool. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ja, mal gucken so, bin doch nicht ganz überzeugt. Dann gibt es da noch den Willi, der sagt, boah, Junge, ey, mein Champion, ey, der ballert jetzt richtig rein. Der macht nur so, bam, bam, bam und richtig am Elo rasieren. Ne, und deswegen gibt es da viele, viele verschiedene Meinungen. Und wenn ihr rasiert und alles, ist cool, aber die von euch, die jetzt weinen, ne, wir müssen jetzt mal ein bisschen miteinander reden. Wir müssen jetzt, ja, komm mal ruhig mal ein Stück näher. Nicht zu nah, aber ruhig ein Stück näher kommen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier talken. Denn, Leute, der PBE-Server. Der PBE-Server ist ein Server, auf dem werden Sachen getestet, ja. Das heißt, dort kommen neue Items, neue Champions, Reverks, etc. Und dann kann man so ein bisschen testen. Das Problem an diesem Test-Server ist, die Menschen, die da drauf sind, falls es überhaupt Menschen sind, ich plädiere, dass es wahrscheinlich Aliens sind oder andere Lebensformen, vielleicht Bazillen, haben nämlich weder Hände, noch Arme, noch Beine, noch Füße. Ich weiß nicht genau, wie man diese Lebensform nennt, aber so sieht es aus. Die haben keine Hände, die Spieler dort. Die sind unglaublich schlecht. Wirklich. Die sind, deswegen ist auch jeder Champion, der da gespielt wird, immer Bro. So, ja, das könnt ihr euch merken. Wenn euch ein YouTuber sagt, hey, dieser Terminal ist broken, dann heißt es nur, dass er irgendwelche Bazillen auf dem PBE-Server bekämpft hat und gewonnen hat. Wow, Wahnsinn, Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall kann man deswegen nicht sagen, ja, wir tun jetzt, nehmen wir einfach mal Sunfire. Wir nehmen Sunfire auf dem PBE, das neue Sunfire und testen es. Und da ist es komplett normal. Aber was ist da schon normal? Die Leute haben keine Hände, keine Ahnung, was da normal ist. Deswegen, im Prinzip ist der Test-Server einfach nur eine Wartephase, weil egal, was da passiert, du weißt nie, ob das jetzt Balance ist oder nicht. Ja, und die haben ja jetzt die ganzen Items vom PBE auf unsere Season geworfen. Müssen sie ja, weil nur da kannst du es wirklich testen. Und deswegen haben wir jetzt die Pre-Season. Pre heißt davor. Merkt euch, Pre ist immer davor. Und die Pre-Season geht bis zum irgendwie so 11. Januar oder sowas. Bis dahin ist Pre-Season. Und die Pre-Season ist im Prinzip dafür da, um große Änderungen für die neue Season, die jeweils kommt, abzufangen, einzufangen, durchzufangen, wegzufangen, reinzufangen und rein zu interpretieren. Das heißt, man kann ja sagen, okay, Sunfire ist vielleicht doch ein bisschen zu krass, ein bisschen zu heftig, ein bisschen mega heftig. Müssen wir ein bisschen runter tunen. Naja, natürlich gibt es dann jetzt ganz viele Leute, die sagen, wow, Tobi, dieses Spiel, total kacke. Sunfire brutzelt mir den ganzen Nacken weg und meine ganzen Brusthage alle weg. Meine Freundin geht gar nicht mehr mit mir ins Bett, weil ich keine Brusthaare mehr habe. Was soll ich tun, Tobi? Ich deinstalliere jetzt Leak. Keine Brusthaare, kein Leak. Ja, und deswegen ist hier der Deal, dass sich sehr, sehr viele Leute beschweren. Articaries täglich. Wow, Articaries so bad. Articaries, Articaries, Articaries. Leute, Pre-Season ist dafür da, um das zu testen. Anders geht es nicht. In der Pre-Season geht es um gar nichts. Das ist wie eine Clown-Fiesta. Ihr könnt, ne, ihr habt ja jetzt eure Elo geholt. Und selbst wenn ihr jetzt nach Eisenplatte 91 droppt, ihr habt immer noch damit, wo ihr abgeschlossen habt die Season. Diese Elo, ne, ich zum Beispiel einen Diamond. Wenn ich jetzt nach Eisen droppe, bin ich trotzdem Diamond, ja. Wer einmal Diamond ist, ist in der Pre-Season immer Diamond. Also theoretisch. Zumindest behaltet ihr eure Belohnung. Und hier müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen reinschauen. Das heißt, wir haben hier, ne, wie die Champions sich so verändert haben. Da gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Und gucken und sehen, Amumu hat 62,5% Winrate. Der hat plus 7% Winrate dazu bekommen. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, aber Tobi, ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung von Zahlen. In Mathe war ich auch nicht gut. In Parabel hatte ich auch nicht. Sag mal, was geht denn jetzt? Also, Leute. Ein Champion ist bei 50% komplett balanced, muss man tatsächlich sagen. Ich würde persönlich sagen, in der Meta ist er schwach, wenn er 50% hat. Er ist keiner, der besonders starken Champion ist, aber er ist okay. Alles, was unten drunter ist, so 49 ist so, hm? 48 ist dünnes Eis und 47 Mülltonne. Mülltonne. Bei, alles was, also eigentlich alles, was unten da, wenn eine 4 und eine 7 da steht, Mülltonne weg. Du nimmst es und verschiebst es in den Papierkorb. Und genauso umgekehrt. Das heißt, 51% ist, ja, schon so ein bisschen stark, so, ne. 52% Sahne, Sahne, 43% Gigabrocken. Ne, nimmst du, spielst du. Elo. Einfach verschieben auf deine Elo, Elo wächst. Und er, ach, dieses verdammte Discord. Er hat 62%, ja. Wir haben gerade gesagt, 53 ist Brocken. Wenn ihr 55% habt, dann ist das ein gottgleicher Champion. Gottgleich. Naja, das muss natürlich auch mal mit der Playrate zusammenpassen. Naja, wenn jetzt nur eine Person das spielt, aber das, Amu spielen gerade sehr viele. Das heißt, dieser Champion ist ein Zerstörungsmonster. Das heißt, wenn ihr freie Elo nehmen wollt, spielt diesen Champions. Seine Winrate ist um 7% angestiegen. Während Ivans Winrate bei 42% ist. Wir erinnern uns, 47% war Mülltonne. Das heißt, 42%, der liegt irgendwo vergraben in irgendeinem Atomgewässer, Ivan. Kannst dir gar nichts mehr damit anfangen. Komplett weg. Warum diese Änderungen auch so sind, reden wir gleich rüber. Aber, das heißt, wir sehen schon mal, dass einige Champions, normalerweise steht hier so eine Zahl wie plus 1%. Ja, es gibt also Champions, die gerade sehr krass nach oben gehen. Und das sind vor allem Tanks. Das heißt, Amumu, Shogart, Rammus, Malfight, Shen, Nunu, Ornn. Ähm, diese ganzen Tanks sind gerade gigabroken, weil ich glaube, es liegt an Sunfire, das einfach super, ultra stark ist. Und dann gibt es natürlich jetzt viele Leute, die sich darüber beschweren, hey, Tanks sind total kacke, das ist total scheiße, das ist total doof. Aber wie gesagt, es ist die Pre-Season, sie ist dafür da, dass sich neue Änderungen kommen. Und klar, der Mensch ist einfach so, er mag keine neuen Sachen. So ist der Mensch. Neue Sachen mag er nicht. Das habe ich jetzt schon mehrfach miterlebt. Denn der Klient damals, als er geändert wurde, kennt ihr noch den alten Klient? Damals haben alle gesagt, als er neue Klient gekommen ist. Boah, der neue Klient ist total scheiße, richtiger Kackdreck, Zockdick. Und dieses ganze Zeugs, ne, über den neuen Klient. Mittlerweile, super cool, der neue Klient, I love it. So, du hast hier coole, klar, auch diese Änderungen hier oben, ne, du hast hier coole Sachen. Mittlerweile hat man sich gewöhnt. Mittlerweile weiß man, dass das hier die Craft-Werkstatt ist. Hier hat man den Shop, hier hat man die Tasche mit den ganzen Run-Sachen. Mittlerweile weiß man das alles. Du kannst mittlerweile auch so einen coolen Start hier, guck mal, was man hier alles haben kann. Hier kann man jetzt draufdrücken, klickt jetzt hier. Und sieht, wie das Item Schikane, Straitbreaker aussieht. Zack. Ne, super coole, tolle Sachen. Das geht jetzt alles. Mit dem alten Klient ging das alles nicht. Und die Sache ist halt die, dass auch ich damals gesagt habe, ja, der neue Klient, ja, so ganz gefällt er mir nicht. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich werde ihn jetzt einfach akzeptieren. Und neue Sachen sind immer cool. Ne, wer will denn ein League of Legends? Wenn League of Legends seit 10 Seasons gleich geblieben wäre, dann wäre es halt nicht was Neues und ihr müsstet es nicht ständig neu lernen. Ja, cool. Aber, dann wäre es auch schon tot. Ganz ehrlich. Dann wäre es tot. Wenn ihr dieses Spiel mögt und weiter spielen wollt, dann muss es sich ständig wandeln und ändern. Und ich persönlich feiere es übel krass, dass ich ständig, ich hatte zum Beispiel diese Season jetzt nicht so ultra Bock auf League. Aber jetzt gibt es hier super viele coole neue Items und alles und die sehen auch richtig fancy aus und was weiß ich. Und das macht einfach unglaublich viel Bock. Klar muss man erstmal wieder das Neue lernen und klar muss man erstmal wieder auf sein Leben klarkommen. Aber dafür ist die Preseason da. Selbst wenn jetzt 0, 20, 10 Spiele hintereinander geht, klar, ihr werdet geflamed und alles. Aber es ist ja egal. Ne, ihr verliert nichts. Also, und zur Not könnt ihr das auch in einem Normal Game spielen. Die Leute, die jetzt wirklich sagen, dass die neuen Items doof sind, ihr seid doof. No Hate und No Front, aber ihr seid doof. Weil das ist das Beste, was passieren kann. Frischer, neuer, super, toller Wind. Das ist schön. Das ist cool. Ne, man hat jetzt richtig viele Möglichkeiten. Klar sind die Items nicht balanced. Die müssen jetzt gefixt werden und das wird jetzt bis Januar gemacht. Und dann wird auch Amumu genervt und dann wird auch Shogart genervt, beziehungsweise deren Items. Was wir also aktuell sagen können, wir können uns ja mal ein bisschen angucken, Krit ist scheiße. Krit ist einfach scheiße. Deswegen haben wir hier minus 5%, drinnen mehr Tonne. Ja, Lilia ist wahrscheinlich immer scheiße. Bei Twitch liegt es, glaube ich, ehrlich gesagt daran, dass ihn jetzt viele auf AP spielen. Testenweise. Lee Sin ist immer scheiße. Guckt euch Lee Sin an, Leute. 42%. Selbst, wenn wir jetzt die 3,7% drauf rechnen, der ist immer noch scheiße. Also, Lee Sin, scheiße. Gut. Ansonsten, Niederle ist auch sowieso doof. Hier haben wir ein paar Champions. Also, bei einigen Champions muss man natürlich gucken. Hier haben wir Krit wieder. Yasuo ist schlecht. Yon ist genauso schlecht. Fizz, Fizz geht es mega gut. Fizz geht es mega gut. Der denkt sich, ja geil, ich mache Elo. 54%. Das ist so ein richtig schöner Broken Champion. Natürlich, wenn jeder Broken ist, dann ist man auch nicht mehr Broken. Aber Fizz geht es gut. Aber den Ardicaves, lasst uns die Ardicaves mal durchgucken. So. Varus. Plus 1,7%. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr halt so ein bisschen die Lethality-Items so ein bisschen baut. Kennt man ja. So. Wo haben wir denn Ardicaries? Weil Ardicaries sind aktuell die Leute, die sagen, boah ey, voll doof, voll kacke ey. Hier wieder mein altes Leak zurück ey. Richtig doof, alles kacke ey. So. Kalista. Also, es gibt definitiv Ardicaries, die runtergehen. Ja. Aphelios geht runter. Kalista geht um 1% runter. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar Ardicaries, die habe ich schon irgendwo gesehen. Ja. Irgendwo habe ich hier Ardicaries gesehen. Hier, Vayne. Vayne geht hoch. Tristana geht hoch. Kaiser geht hoch. Ne. Es gibt Ardicaries, die gehen runter. Und es gibt welche, die gehen hoch. Das wird alles so und so noch ein bisschen gebalanced. Wahrscheinlich geht es den Ardicaries gut, die halt kein Crit bauen. Wobei Tristana braucht eigentlich auch Crit. Aber vielleicht baut sie irgendwie so Sturm Raider. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall so schlimm ist Ardicaries jetzt auch nicht. Ne. Also. Leute, guckt mal. Ardicaries weilen. Ich meine, dass nicht alle Ardicaries immer Viable sind. Das war schon immer so. Es sind immer nur so 3, 4, 5, 6 Ardicaries richtig gut. Und die anderen sind schlecht. Das war schon immer. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ja ich will bei Lucian spielen minus 0,8%. Ne. Also. Okay. Schön. Aber. Es sind immer nur 3, 4 Ardicaries Meter. Und das ist jetzt halt auch wieder so der Fall. Hier. Ash plus 0,4. Hat dir gut getan. Ne. Und jetzt gucken wir. Draven plus 0,3. Und jetzt gucken wir nämlich. Leute. Meine Champions. Wir reden über meine Champions. Ja. Fizz haben wir gesagt. Fizz ist mega cool. Fizz plus 2,7%. Den geht's. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle seht. Ich hab das hier so kacke gemacht. Fizz geht's mega gut. Fizz geht's mega gut. Jetzt gucken wir. Talon. Mein Main Chap. Minus 1,4%. 47%. Mülltonne. Mülltonne. Weine ich? Sehe ich aus, als würde ich weinen? Vielleicht. Innerlich. Zerbreche ich. Möglicherweise. Aber ich weine nicht. Ich sag nicht, die neue Season ist so doof. Sondern ich sag mega cool. Feier ich. Finde ich top. Finde ich toll. Finde ich nice. Ich glaube, es liegt hier vor allem daran, dass Tiamat einfach jetzt richtig scheiße ist. Ich glaube, das ist ein großes Problem für Talon. Ein gewaltiges Problem für Talon. Sehe ich aus, wie einer, der weint? Gucken wir Wladimir. Das ist mein bester AP Carry Mage. Also so, also ich meine so Carry, CC Mage, Mage halt nicht. Fist ist ja kein Magier, so richtig. Wladimir. Minus 2,3%. 47%. Mülltonne. Richtige Mülltonne. Wenn das in der normalen Season wäre, ich würde diesen Champion niemals wieder anrühren. Niemals. 47% Müll. Weine ich? Frag ich euch. Sehe ich aus wie jemand, der weint? Ich fang gleich wirklich an zu weinen. Aber nein. Ich weine nicht. Meine Champions. Weißt du? Der Champion hat jetzt 46,7%. Und hier sind welche, die beschweren sich, weil jetzt die AD Carry, keine Ahnung, um 1% runtergegangen ist oder sowas. Meine Chants gehen um 2-3% runter. Außerdem, das wird ja jetzt geändert. Es wird gebufft, es wird gechallenged, es wird gemacht, es wird getan. Ne? Deswegen reduziert euch, Leute. Nehmt die neuen Sachen an. Es kommt bald wieder ein Patch. Sogar morgen. Kann das sein? Es kommt morgen wieder ein Patch? Ne, das kam erst letztes Wochen. Ne, ja, wobei, die werden jetzt wahrscheinlich öfters patchen. Das heißt zum Beispiel, Leandus war zu stark, wurde schon genervt. Victor ist giga broken. Victor. Wobei, er wurde schon genervt. Wo ist denn Victor? Wir können ja mal hier bei Progression. Ach, Progression habe ich schon. Winrates. Können wir mal gucken, was hier so. Skana? Ja, Skana ist auch cool, muss ich sagen. Ist hochgegangen. Der kriegt jetzt auch bald neun tollen, super coolen Skin muss man. Da, Victor. Na, Victor geht es auch richtig gut. Also, es gibt auch einige Magierdienst. Und das hier ist nach dem Nerf. Victor hatte irgendwie schon auch so 56, 57%. Jetzt ist er ein bisschen reduziert worden. Ne? Das wird jetzt alles angepasst. Da müssen wir jetzt ganz, ganz ruhig bleiben. Wir gehen direkt zum nächsten Thema. Also, natürlich, sagt mir gerne eure Impression. Ihr könnt gerne sagen, was ihr davon haltet. Mit den ganzen Seasons und alles, ne? Das ist gerne, äh, machbar. Gerne, 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 gerne. Sagt, was ihr davon haltet. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Das möchte ich, das ist eher eine Diskussion. Das andere war ein Appell. Ein Front. Ich bin so mit dem Frontbus in euch reingefahren. Aber nur so ein bisschen. So, dass es so ein bisschen ging. Aber nicht zu sehr. Ja? Nur so ein bisschen, dass man es spürt. Aber nicht zu sehr, ja? Jetzt kommen wir zu Seraphine. Seraphine? Lasst uns über Seraphine reden. Seraphine, das sind ihre Leggings. Die sind bestimmt bequem. Ja. Was ist mit Seraphine? Hm. Ah, ich hab irgendwo diesen Sound an hier von diesen Items. So. Und zwar. Warum wird Seraphine so hart gehatet? Jeder, ja nicht jeder, aber jeder hatet Seraphine. Das heißt, dieses Video zum Champion Spotlight hat 50k Likes und 100k Dislikes. Zwei Drittel Dislikes. Mathe, Mann! Ja, und das ist gigakrass. Und ich kann mir das nicht ganz erklären, deswegen frage ich euch. Weil ihr seid das ja teilweise hier. Warum habt ihr sie gedisliked? Ich muss erstmal sagen, klar, viele, die Grundaussage ist halt immer die, ja, Seraphine ist halt eine Mischung aus Karma, aus Sona, aus die, aber Leute, man kann das Rad nicht komplett neu erfinden. Das Rad ist rund. Du kannst jetzt kein Auto mit einem vierkigen Rädern bauen. Vielleicht kann man das irgendwann, aber so richtig auch nicht, ne? Also, du baust immer Autos mit runden Rädern. Und so ist das auch in League, ne? Außerdem, finde ich, spielt sie sich sehr cool. Sie macht sehr viel Spaß, ich habe sie jetzt ein paar Mal getestet. Sie bockt, sie ist cool, sie ist nett und diese Doublecast Mechanic finde ich persönlich richtig cool. Die gefällt mir. Ich mag die, ich mag die. Und, ja, deswegen frage ich mich, was hatet ihr an Seraphine? Ich bin natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin natürlich ein smartes Kärchen. Deswegen, ich glaube, der erste Punkt ist der. Dieser Champion hat einen Twitter-Account. Das heißt, sie gibt es auf Twitter und auf Instagram und die macht richtig coole Fotos. Und das schon seit ein paar Monaten. Ihr Hype wurde also richtig aufgebaut und sie fühlte sich an wie ein echter Mensch. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass sie dann rauskam und das einfach ein bisschen enttäuschend war. Man hat halt diesen Hype gehabt, man hat so gedacht, boah, Seraphine, my waifu. Und hat so richtig sich so in sie reinversetzt und so, boah, na? So, und keine Ahnung, so hat sie irgendwie den Hype da gehabt und dann ist sie halt doch nicht das, was man erwartet hat. Kann das vielleicht ein Punkt sein? Oder ist es einfach, nee, ich weiß es nicht. Das war es schon. Diese zwei Punkte habe ich. Das heißt, die wurde overhyped oder und hat dann nicht gedelivert. Oder es sind halt wirklich die Leute, die halt immer, ja, mit dem Frontbus in die... Achso, es gibt noch eine Gruppe und zwar lore-technisch passt sie nicht so rein. Es gibt Menschen, die sagen, ja, hey, Seraphine passt nicht in die Lore von League of Legends. Ja. Dem möchte ich halb zustimmen. Das heißt, der erste Punkt ist, erstmal, Leute, was könnt... Wisst ihr schon über Lore? Ich habe damals Lore-Videos gemacht und ihr habt die nie angeguckt. Keiner von euch. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr jetzt plötzlich Lore cool findet. Kommt! Die Leute, die hier gevotet haben, die 100k Dislikes, davon haben mindestens 95k nicht die Lore im Kopf. Wenn nicht sogar 98k. Ich wette, dass mindestens 96, 97% aller League-Spieler nicht wissen, was in den Texten drin steht. Ich will nicht wissen, dass ihr wisst, dass Seraphine ein Popstar ist. Ich will wissen, was sie in ihrer Lore gemacht hat. Ja? Oder nicht nur Seraphine. Hier, was ist mit Warwick? Was ist mit Janna? Was ist mit Gangplank? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das wisst. Also, wenn euch das bisher nicht interessiert hat, warum dann ausgerechnet jetzt? Klar, man kann natürlich sagen, ja, sie passt nicht ins Setting rein, ohne die Lore zu kennen. Aber ganz ehrlich, wir haben mittlerweile, also Runterra ist ja eine Stadt, beziehungsweise ein Land, ein Gebiet, in dem auch Möglichkeiten möglich sind, ne? Da fliegen Leute auf Hoverboards auch in, hier in Runterra, Mann, wie heißt das denn? Da in, da mit Z da, diese, wo Heimerdinger auch herkommt, ne? Piltover da, und Piltover und Zorn. Genau, Zorn. Naja, Piltover wollte ich eigentlich, ja. Da fliegen auch Leute, die, da ist der Tüftler Heimerdinger, der bastelt allen möglichen Kram. Dass der so ein Teil hier bastelt, das ist absolut nicht abwägig. Ne, dass irgendwelche Mikrofone gebaut werden. Und auch in solcher Welt gibt es immer Leute, die so ein bisschen abheben. Wie zum Beispiel Seraphine, so ein Cutie-Girl. Warum sollte es die nicht auch geben? Das bedeutet zum Beispiel in, keine Ahnung, damals im Mittelalter gab es bestimmt auch Influencer. So welche, die richtig berühmt waren, wo die gesagt haben, wow, heute kommt Josefine und die singt heute Mandarinen. Und dann denkst du dir, mega geil, da müssen wir hin und da will ich mein T-Shirt signiert haben und von ihr zerrissen haben. So was gab es damals vielleicht auch schon. Und das hier ist zwar, wie gesagt, so ein bisschen mittelalterlich, sag ich mal, aber hey, wir haben Hextech Protobelt, wir haben ne, alles mögliche Ludens Echo, wir haben irgendwelche Stundengläser, wir haben allen möglichen Hextech-Schnickschnack. Und dementsprechend würde ich sagen, klar, ich stimme so halb überein, dass ich sage, sie passt nicht hundertprozentig rein. Ich finde es aber auch nicht komplett verkehrt. So, ich möchte jetzt aber auch hier einen Break machen, damit das Video nicht zu lang wird. Das heißt, ihr könnt mir gerne eure Meinung. Das hier ist eine offene Diskussion. Sagt mir gerne, was ist mit Seraphine? Was ist mit ihr? Warum? Und Leute, hatet kein League, ganz ehrlich. Seid froh, dass sie so viel für euch machen. Ihr beißt quasi die eigene Hand, die euch füttert. League will, dass es euch Spaß macht und ihr sagt, ey, das ist doof. Aber in ein, zwei Monaten sagt ihr, boah, ist das geil. Mann, ist das toll. Mann, macht das Spaß. Deswegen wünsche ich euch einen Wunderabend. Einen Wunderabend. Viel Spaß. Und ganz viel schöne Zeiten einfach. Eine schöne Zeit. Bis denn, Antenne. Bis morgen. Und schaltet meinen Stream an 9 Uhr morgens. Gibt's auch hier im Kino. Lasagna-Eiscreme. Gut so. Gut so. Gut so.